hallo und herzlich willkommen zu 24 minuten minecraft ich kam gerade ins spiel gerade instant gerade jetzt gestartet und bemerke moment irgendwas anders es ist nicht das gewohnte hintergrundbild das texturenpack ist wieder vanilla und da ist so eine biene zu sehen da ist sieht aus wie ein bienenstock und da unten steht 1.15 das heißt heute kam die 115 geil und daraufhin gönnen wir uns jetzt erstmal eine schicke runde wo wann mal in 20 mit minecraft ich gehe mal ich erstelle mal eine kopie oder jolo er stellt über eine kopie ich bin wieder in der kopie weiß ich nicht gesichert ok so alexa stell den timer auf 24 minuten 24 minuten ab jetzt so slack grad wie scheiße aber das ist da ist es so ungewohnt in diesem texturenpack zu spielen ich hatte jetzt keine lust extra das neue texturen also die geupdatete version davon zu suchen aber auch scheiße sie dass es lohnt aus ja von vanilla minecraft 2 3 4 5 6 wir können ja hier schon mal erstmal die ganze kacke hier weitermachen so 2 3 4 5 6 vielleicht sollte ich mal was essen alter es sieht so grässlich aus ich vermisse mein altes texturenpack jetzt schon 1 2 3 4 5 6 so warum bin ich denn jetzt online weil ich vorhin nicht online war sondern auf dem weihnachtsmarkt denn ich war heute was machst du denn hier ich war heute auf dem weihnachtsmarkt ich war heute auf dem weihnachtsmarkt und das ist okay gewesen zwar echt ein schöner weihnachtsmarkt in der in bad salzoflen den finde ich schick also der war schon schön wegen dieser einfachen holz rustikal mäßigen buden auch nicht so ja wie sagt man das wie sieht das aus so stahl und kunststoff modern af und sowas weiß ich finde das rustikale einfache schön ich weiß nicht wieso weiche von mir du dämon scheiße wack 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 ok einmal noch so ja ja hier wollte ich ja jetzt eigentlich ich kann hier gar keine fenster rein bauen zumindest nicht in beide richten also in eine richtung muss ein fenster sein wenn ich das nee das wird auch nicht gehen oder nein das sieht doof aus oder wenn ich die säule in die mittel stelle mit zäunen dran äh mit zäunen mit mit leitern dran nach oben und zwei seiten begehbar aber von beiden seiten noch licht hier dran nee das wäre auch doof ey jetzt habe ich auswählen drauf geklickt so eine scheiße wie geht es mir denn generell so wie war denn mein morgen so weil ich spüren halt wach geworden so irgendwann ich glaube um sieben so wie immer und danach war ich halt äh das essen dann war ich zum zahnarzt gegangen so wie lange streamst du schon gerade eben erst ähm ja ich bin dann halt äh zum zahnarzt gegangen der hat mir dieses äh provisorium rausgenommen und hat mir jetzt neue zähne reingesetzt also diese dinger und äh ich weiß nicht kann man das sehen will man das sehen keine ahnung auf jeden fall sind die ähm drei letzten zähne hier und der allerletzte jetzt auch silber halt so eine silberkappe ist da drauf so ein halt so eine krone halt das ist jetzt noch ein bisschen ungewohnt aber ja aufbeißen und so geht auch alles gut oh hier beim weihnachtsmarkt habe ich mir sowas organisiert äh Tchurus das Teintfleisch tut mir noch ein bisschen weh ich glaube einer trunken ist hier irgendwo hört sich zumindest so an oder er ist es na auf jeden fall sind die dinger voll geil Tchurus erst einmal Tchurus Tchurus Quatsch keine Ahnung da gab es halt ähm Tchurus so eine Tüte die man einfach in ein in ein heißes Fett schmeißen kann aber die sind jetzt kein vergleich zu diesen hier das hier ist echt nice das krass ist ich bin halt den ganzen tag unterwegs ich war erst beim zahnarzt und dann hatte ich zum glück noch genug zeit kurz nach hause zu fahren und dann war wenn dann wieder loszufahren dann war ich bei der tafel habe da erstmal so richtig viel kram bekommen also so richtig viel kram und ähm ja danach bin ich noch äh gleich halt beim weihnachtsmarkt und ja das bis jetzt gerade eben hab dann gerade noch meine Tüte ein bisschen aussortiert so also zum habe ich Blödsinn gemacht die ich sehr witzig finde und da werde ich wahrscheinlich auch noch die anderen Nägel mit dran beteiligen und zwar habe ich äh den Daumennagel schwarz lackiert die noch nicht aber ich glaube ich werde einfach mal alle alle Nägel schwarz lackieren einfach mal so aus scheiß weil ich irgendwie Gefallen dran habe ich finde dass die drin so weiß ich nicht ist das hässlich ist das schön das ist hä- 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 sind kein Kunstwort aus beiden Wörtern habe ich mir jetzt schlafen gelöscht? ja dieses Ding finde ich so unglaublich hässlich ja ich bin froh wenn ich hier weiter komme und da hinten hinnecke und da auch und da ja das wird gut ja ich weiß nicht ich dachte mir so ich kam einfach ach scheiße jetzt habe ich es kaputt gemacht kam halt einfach spontan auf die kloppte Idee mir einfach ein Finger äh ähm Nagel zu färben cool ich finde das irgendwo gar nicht so schrecklich oder sowas weiß nicht gibt ja irgendwo doch viele Leute das machen darum weiß nicht ich habe irgendwie Gefallen dran keine Ahnung diese Dinger wachsen falsch weil ich hier Fehler gemacht habe meine Fresse wächst doch nicht so schnell nach jetzt muss ich mal durchrechnen so jetzt gleich nach dieser Folge werde ich auch wieder direkt meinen Key auspacken und äh also den Key von dem Random Key Adventskalender und werde ich mal gucken was drin ist ich habe bisher jetzt auch keine Zeit zu das zu machen und äh da bin ich mal im großen ganzen gespannt was drin sein wird muss ich alles noch richten dass das hier nicht in die Mitte klappt immer schön in die Mitte hier dass das alles so eine schöne Reihe wird guck dir die Kürbisse an die können das auch und die sind ja auch akkurat trainiert so du wagst dich hier in meiner Siedlung rumzurennen so gestern Abend habe ich halt noch die ganze Zeit nach dem Rage Quit von meinem Adventskalendergedöns äh gestreamt bis kurzer Meternacht einfach so diese auf dem Server da ein bisschen Minecraft gespielt bin ich mal gespannt ob der Server jetzt noch läuft wir können gleich noch ein bisschen weiterspielen jetzt mal gucken der Typ da nervt der Typ da nervt mich gestern Abend war auf jeden Fall sehr witzig ich war hier im Stream hatte Besucher dabei halt ein paar Freunde die mich ein bisschen getrollt haben Jesus war dabei aber ich habe keine Ahnung wer Jesus ist ich habe aber Vermutungen ähm und und ja es war ganz lustig haben Jesus noch erklärt dass ich der Teufel bin der Satan sagt schon der Teufel genau denn das ist so denn das ist so ich habe am 3. März Geburtstag 3 also 3 nochmal von vorne ich mach immer den Fehler 3 ist mein Lieblingszahl so warum ich habe am 3. März Geburtstag das heißt die 3 von dem Tag schon mal her äh genau die 3 von dem Tag schon mal her die andere 3 von dem März her halt weil das der 3. Monat ist und mein Vorname fängt mit C an darum ist es der 3. Buchstabe darum ist da auch die 3 darum C Quatsch die 3 meine Lieblingszahl so jetzt ist das Ding wenn wir 3x3 nehmen ist es eine 9 und wenn wir die 3x 180 Grad drehen dann ist es eine 6 und wenn wir die mal 3 nehmen dann ist es 666 die Zahl des Teufels oh Gott das war so richtig Banane ey ich fand das mega witzig irgendwie keine Ahnung Aua ja was hab ich denn sonst noch zu erzählen keine Ahnung zu wenig Stein ich bin müde ohne Ende gerade und morgen muss ich erstmal ohne Ende kochen dabei weiß ich gar nicht ob ich genug Platz habe ich hab heute keinen Mittag gegessen nichts richtig ich hatte vorhin auf dem Weihnachtsmarkt eine eine Portion Süßkartoffelpommes die sind geil das wusste ich aber genau deswegen habe ich mir die geholt weil die geil sind Süßkartoffelpommes gönnt euch der Vincent schreibt jetzt gar nicht oh mir ist echt verdammt warm ich weiß nicht ob man es sieht ich glaube man sieht es nicht mir ist aber echt warm ich brenne in der Hölle genau so schaffe ich das hier noch ich werde jetzt hier erstmal nur diese Linie ziehen eine Line scheiße hatte ich das T-Shirt gestern schon an ich weiß es nicht ich weiß im Grunde gerade gar nichts ich bin total Bananen im Kopf der Bananenkopf Bananensohn alter Moin Servus Moin und so weiter ich habe den gar nicht gesehen ich kenne die Anspielung nur ich habe mir glaube ich einmal so ein Video kurz angeschaut und dachte mir wenn er über die komischen Ritter irgendwas gemacht hat wenn er über die komischen Ritter irgendwas gemacht hat raus mit die Viecher und so wo sind meine Fische so will ich hier noch eine Tür reinbauen ich glaube ja so Tja das war es dann mit den Steinen ich bedanke mich fürs zuschauen ich habe jetzt halt im Prinzip schon alles erzählt was mir gerade so durch den Kopf geht ich bin gerade froh dass ich nicht viel denken muss oder dass es mir nicht so viel durch den Kopf geht von wegen meine scheiß Zähne äh mein Leben geht mir an meinem Leben vorbei genau mein Leben geht an meinem inneren Leben vorbei äh genau oder irgendwas ich werde Minecraft nochmal fixen vielleicht gucke ich mal vielleicht gucke ich mal ob das Steinenpack schon draußen ist Glas kann ich noch setzen das ist doch gut so jetzt brauche ich nämlich noch gar nicht wieder in die Höhle rein bis ich das ganze Glas hier reingesetzt habe soweit es geht ich baue irgendwann noch Türen dann ist hier alles tutti tutti sag ich echt gerne in letzter Zeit für wenn alles tutti ist also also wenn alles easy ist alles happy alles funst dann ist alles tutti oder wenn man sich gut versteht dann ist auch alles tutti oh jetzt sollte ich einen Song machen der einfach alles tutti heißt das wäre witzig ich wüsste nur nicht worüber ich singen soll über alles tutti ah scheiße ich habe nämlich zurzeit echt eine komische Idee in meinem Kopf über einen Song den ich machen sollte aber da weiß ich auch nicht genau wie mache ich jetzt eine Musik dass das so relativ gut klingt und sowas das stelle ich mir in diesem Moment echt etwas kompliziert vor Texture Pack ist voll nice das ist das Standard Texture Pack weil wir haben ein neues Update bekommen wir sind jetzt auf Version 1.15 ich sag 1.15 weil im Grunde ist das ein Komma dahinter oder? scheiße weil in der Mathematik macht man das irgendwie so dass die hinteren Zahlen einzeln gelesen werden wenn du jetzt wenn du jetzt beispielsweise 1,2 Meter hast Moment das sind 1,2 sagen wir 1 Meter und weiß ich nicht 25 Zentimeter Moment was sind jetzt Zentimeter Zentimeter Dezimeter Dezimeter Millimeter genau das sind die 3 Meter Dezimeter Zentimeter Millimeter dann gibt es was gibt es denn da drunter ich habe es immer Mühmeter genannt aber es sind Mikrometer 1000 1000 Mikrometer sind 1 Millimeter damit musste ich auch schon rechnen aber nicht so weit unten sondern mehr so auf die hundertstel glaube ich so ein zehntel höchstens ich weiß es nicht das ist schon kompliziert achso du verkaufst du eigentlich äh Karotten nein er kauft Kartoffeln ich habe aber keine Kartoffeln du Neger du ich werde ihm jetzt was Gutes tun ich werde diese Dinger da hinten holen Getreide ich brauche Getreide einfach nur für den Typen hier ehrlich ich finde das Texo Impact im Grunde echt nicht toll also irgendwie mittlerweile ach das Standard Texo Impact ist so nervig ich werde mir das gleiche wie ja wie ich sonst habe nochmal raussuchen jetzt gleich hoffen dass es das schon gibt das wäre toll dann werde ich gleich hier nach der Aufnahme beziehungsweise das ist ja eine Aufnahme ich werde nach der Aufnahme direkt im Stream weitermachen mit Key Einlösung dann muss ich wahrscheinlich etwas installieren wenn das Spiel zu groß ist wird das ein bisschen dauern ich hoffe dass es nicht länger als als weiß ich nicht eine Stunde dauert dann werde ich vielleicht dazwischen Pause machen müssen Aua du hast mir meinen Garten versaut du dreckiges Stück Scheiße du gib mir eins auf die Fresse du Penner noch so ein Ding und ich kletter in dein Nest wir brauchen Getreide ich brauche noch mehr Getreide Farmen wir müssen jetzt Getreide süchtig werden wegen dem Typen da wir müssen ihn leveln ja hör auf hier rum zurück ich brauche Kartoffeln warte auf mich mein Pionier hier ach so warte mal du willst mehr haben ne guck mal vier Dinger und du bist schon ein bisschen gelernt Lehrling ah ja bist ein Bauernlehrling Bauernlehrling ich hoffe du überlebst noch ein bisschen länger als ja weiß ich nicht der andere Typ der hier mal drin war ja wir hatten mal einen zweiten Dorfbewohner aber der wurde getötet von Zombies wo ist denn mein Geld mein Geld so lass mich mal ein bisschen sortieren hier Sand Erde Stein diese Steinstufe tu ich hier hin da ist noch Stein ne das ist Andesit also Stein hey ich habe jetzt meinen Weihnachtsbaum da ist er und er wechselt die Farbe ist er nicht toll steht hier auf meinem Tisch den habe ich letztes Jahr geschenkt bekommen von einer netten Person schwarzeichen Schilder wo habe ich die denn her schwarzeichen Holz Schilder die habe ich doch nicht selbst gebaut oder wo kommt die denn her ganz ehrlich ich habe doch keine Schilder gebaut ich habe doch gar keinen Bedarf nach Schildern gerade die gehören ja auch nirgendwo ein was sind das für Samen Brotobiet Melone ja ich habe jetzt keinen Stein mehr es heißt wohl oder übel wir müssen zurück in die Höhle wir müssen zurück in die Höhle ich wüsste jetzt nicht was ich weitermachen soll Glas zu brennen macht gerade keinen Sinn ich werde mir später da hinten den Tunnel nochmal zu Gemüte führen der wird noch ein bisschen verschönert und hierfür habe ich jetzt den ganzen Stein den ich die ganzen Folgen gesammelt habe nur für dieses Stück verbraucht das heißt ich brauche mindestens nochmal doppelt so viel weil ganz ehrlich wenn ich hier runter komme bin ich vielleicht auch erst da hinten und dann will ich hier noch oben den Schutz drüber hängen irgendwie vielleicht mit Zäunen mit mit Stein Zäunen mit Zäunen was ist das Rezept Buch ungewohnt die ganze Höhle hier gar nichts zu essen dabei das geilste wäre jetzt einfach mal ein paar Zombies zu schlachten und hoffen dass da irgendwer von den Spacken ein Dingens droppt immer das Gefühl der Daumen fühlt sich komisch an seit der Nagellack da drauf ist aber das ist glaube ich nur so ein Gefühl oder das ist gar nicht so ist doch nichts besonderes bei ich weiß nicht das fühlt sich einfach komisch an oder vom Gefühl her ja was mache ich eigentlich jetzt Stein Zäunen Zäunen bestimmt früher vergessen was ich wollte so was ich persönlich bin jetzt nicht so der Fan von Nagellack bei Dudes ja keine Ahnung ich probiere es einfach aus und guck mal wie es mir so gefällt in ein paar Tagen ist hier jetzt nicht für immer ich finde es nur irgendwie weiß ich nicht interessant was will ich hier gibt doch bestimmt noch Höhlen Aua die ich noch nicht gesehen habe oder oder gibt es hier unten noch irgendwelche Sachen die ich kann die kann ich auch direkt hier rein schmeißen alexa stopp so freunde 100 prozent steht hier so freunde das war es mit 24 minuten minecraft ich bedanke mich fürs zuschauen lassen aber da wenn ihr bock habt wie ist die glaube nicht gefahren und ich würde sagen sehen wir uns in der nächsten folge wieder bis dann